Einen wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Demonslayer. Danke, Tanjiro. Ja, wir sind hier immer noch auf dem Nagatsumo-Bergeister, glaube ich. Und ja, zu Inosuke müssen wir jetzt in diesem Sinne ja nicht. Wir werden auch nicht zu ihm kommen. Und, oh, hier liegt noch einer. Möge deine Seele in Frieden ruhen. Ich schwöre, ich erledige den Dämon, der dir das angetan hat. Ja, den werden wir jetzt nämlich finden. Der große Spinn-Dämon, ist er jetzt tot? Der Vater, jetzt fehlt nur noch einer der Söhne. Ist das eine Katze? Oh. Oh, da sitzt eine Katze im Spinn-Netzfest. Warte, ich hole dich da raus. Die lebt sogar noch. Tschüss. Für einen Augenblick dachte ich, es wäre Tamoyo-Sans Tiervertrauter. Ob dieser Tiervertraute sich irgendwo in der Nähe versteckt? Hoffentlich gerät er nicht auch in das Netz. Hm. Okay. Ey, was ist los? Schreie. Ah, eine Schwester hat er ja auch noch. Na, jetzt ist der Bruder und die Schwester sind noch übrig. Was ist das, was ich? Das war's für mich. Wir sind eine Familie. Wir sind mit einem starken Vertrauen. Und das ist das Problem für mich und meine Frau. Wenn ich etwas zu sagen würde, dann würde ich es schlafen. Nein. Wenn wir mit einem starken Vertrauen, wenn wir mit einem starken Vertrauen, dann würde ich es genauso. Das ist das gleiche. Man kann nicht von hinten, wenn man keine Vertrauen kann, es ist das der Schmerz. Das war's für mich. Das ist die Wahrheit und das Psychose. Aber ich glaube, dass du mit einem starken Vertrauen, es sei zu dir. Das ist das Schmerz. 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 Was hast du gesagt? Du... Was hast du gesagt? Das ist eine große Gefühle. Die Luft ist sehr stark. Niematsuke, ich bin sorry. Ich bin schon ein bisschen. Wenn ich den Gehen, dann gehen wir gleich. Das ist er, Rui von den zwölf Monden, das ist der wahre Mond. Und seine Spinnnetze sind verdammt tödlich, oh ja. Gehen wir mal ein bisschen näher. Okay, er blockt gut. Und jetzt ran. Ja, jetzt habe ich doch die erste Kombo. Leider nicht die komplette, aber okay. Komm her. Er blockt wieder. Ey! Was soll das denn? Warum kann mir eigentlich... ...Nezuko nicht helfen? Oh ja, jetzt habe ich dich. Komm her, du blöder Dämon. Das ist so, er darf dich nicht ein einziges Mal treffen, Tanjiro. Ich will das verdammte S haben. Ja, super. Ey! Sag mal. Spinnst du? Wie viel mal willst du das noch machen? Aua. Habe ich dich. Körme. Mache nochmal eine Kombo und dann... Oh, ich kann die ultimative Technik nicht machen, warum nicht? Lol. Kannst du nur das? Mach mal einen Schub. Und jetzt, gib ihm. Und nochmal ran, komm. Schön ausgewichen, Tanjiro. Und da haben wir ihn. Frist das, Runde 1 ist erledigt. Ich bin ein Schub. Ich habe mich nicht mehr als die Hände, als ich die Hände nicht mehr als die Hände. Ich kann nicht wegnehmen! Nezuko! 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 Ich habe mich nicht mehr als die Hände. Ich bin sorry! Es ist ein Mädchen, aber es ist ein Mädchen. Aber es ist ein Mädchen. Es ist ein Mädchen? Was ist das? Mädchen... Mädchen... Ihr Mädchen ist ein Mädchen. Sie sind auch zusammen. Ihr seid. Sie sah die Verteidigung. Sie sind ihre Brüder und ihre Geben. Es ist dein Empfrau... Es ist ein Küche. Sie haben... Es ist ein Mädchen. Für mich ist das zu geben. Ich bin Kız. Ich will nicht. Ich habe es Yourself. Ich bin egal. Ich habe keine Ahnung, ich habe immer noch nie gedacht. Ich habe immer noch nie gedacht. Warte! Ich habe doch schon meine姉-San. Ich habe mich nicht verletzt. Ich habe mich nicht verletzt. Wenn du jetzt die Leute in der Erde klingeln, dann kommst du dich zu überraschern. Dann kannst du dich auch schon einmal verletzt. W-Wirrt. Ich werde dich verletzt. Ich habe dich verletzt. Das war's für mich. Entschuldigung, wenn du mit deinem Gehirn anstattest, kannst du dir das Leben helfen. Ich weiß nicht, was du sagen. Du kannst du deine妹妹 sein, du kannst du deine妹妹 sein. Von heute. Du kannst du das nicht wahrnehmen. Aber ich glaube, Nezuko ist das nicht. Du kannst du deinem Gehirn und deinem Gehirn und deinem Gehirn. Du kannst du deine妹妹 sein. Du kannst du deine妹妹 sein. Du kannst du keine Gedanken. Oh mein Gott, ich werde nicht mit einem großen Haken. Ich werde nicht mit dir treffen. Nezuko, ich werde nicht mit dir. Das ist gut. Ich werde nicht mit dir töten. Ich werde erst einmal mit dir den Haken. Das ist gut. Ich werde es gut sein. Wenn du es geschafft hast, schau mal. Ich bin der 12. Ich kann mich nicht mehr aufwachen. Ich kann mich nicht mehr aufwachen. Das ist doch noch mehr so. Das ist ja auch schon, die Kraft. Ich kann mich auch schon bei diesen 12. Ich weiß nicht, was ich? Ich glaube, dass ich nicht mehr als ich bin. Du bist wie ein? Du bist was? Du bist für mich, meine Freundin, und ich bin ein Willi. Du kannst es nicht mehr so sein, wenn du das nicht mehr so sein. Du kannst nicht mehr. Ich habe es einfach nicht gewonnen. Wie ist das? Ich habe das Knie mit dem Kniemacken. Ich habe das Kniemacken. Ich habe das Kniemacken. Ich glaube, dass ich mich überrasch bin. Vielleicht ist es... Ich glaube, dass ich mich überrasch bin, oder? Nezuko! Du wirst so weit weg sein. Ich glaube, dass ich nicht so weit weg bin. Ich glaube, dass ich nicht so weit weg bin. Runde 2 Oh shit Okay Jetzt will er es wissen Und ran Ey So gib ihm los Und direkt nochmal Sehr gut Oh my god Och du scheiße Das hat verdammt weh getan Holy shit Und ran Lass den scheiß Komm her Ja das gibt sicher kein S Oh my god Und ran Schub ist aktiviert Sag mal Ey Nein jetzt genau jetzt ist er in seinem scheiß Schub drin Wenn ich meinen Schub aktiviere Ja ich muss halt trotzdem angreifen Auch wenn er Ja das gibt Garantiert kein S Ja 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 Guck mal wie leichtfüßig ich bin Mein kleiner Na Arschloch du Ach scheiße Ja war ich gut aus der Kollege Oh my god Sag mal Darf ich auch wieder mal Oder Wir haben was Ich will nicht verlieren Tanjiro Reiß dich zusammen Reiß dich zusammen Tanjiro Ich muss irgendwie näher kommen Nein 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 Jetzt aber Und den Schub aktivieren Hat er mich wieder getroffen Der kleine Wichser Scheiße es wird verdammt knapp Los jetzt Nein 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 Oh der letzte Schlag wird es entscheiden Wahrscheinlich Und jetzt ran Boah ey Das war heavy Jetzt Wenn ich mich Ich glaube, ich glaube, dass die Strecke der Strecke der Strecke ist. Die Strecke... Die Strecke... Das ist gut, du bist. Bis zum nächsten Mal. Oh! Wannschi? Wannschi? Oh! Wannschi? Wenn man ein richtiges Geheimnis wird, dann wird Tanjiro auch immer wieder zurückgekehrt. Es wird auch immer wieder umsonst. Und der finale Kampf. Jetzt haben wir noch das Feuer gelernt. Ach du heilige Scheiße. Jetzt geht aber ab der Tanjiro. Wuhu. Alter Schwede du. Er hat ja gar keine Chance. No. Gar keine Chance hat er, der Kollege. Gib ihm den finalen Schlag. Los. Alter. Und das hat er. Das wurde hier. Ich hilftku's heilt die göttliche Kraft. Und das war mir. Hier bin ich vorhin. Vielen Dank. Vielen Dank. Ich bin zu gut. 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 Ich bin zu gut.